Trump will Muslimbrüder auf Terrorliste sehen Nach einem Treffen mit seinem ägyptischen Amtskollegen plant US-Präsident Trump die Muslimbruderschaft von Al-Sisis Vorgänger Mursi als Terrororganisation einstufen zu lassen. Das könnte empfindliche Sanktionen nach sich ziehen. Die US-Regierung will einem Medienbericht zufolge die ägyptische Muslimbruderschaft zu einer ausländischen Terrororganisation erklären lassen. Ausschlaggebend dafür sei ein Treffen von Präsident Donald Trump mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah Al-Sisi im Weißen Haus gewesen, berichtete die New York Times unter Berufung auf informierte Quellen. Nach der Zusammenkunft am 9. April habe die Regierung Beamte der nationalen Sicherheitsbehörden, sowie des diplomatischen Dienstes angewiesen, Wege zu finden, die Muslimbruderschaft mit Sanktionen zu belegen. Die Muslimbrüder gelten als Widersacher Al-Sisis. Sollte Washington tatsächlich ernst machen, hätte dies laut dem Bericht weitreichende Folgen für Personen und Unternehmen, die mit der Muslimbruderschaft zu tun haben, es könne zu Reisesanktionen, sowie wirtschaftlichen Einschränkungen kommen. Trumps Sprecherin Sarah Sanders bestätigte demnach die Absicht der Regierung, die Muslimbrüder als Terrororganisation einzustufen. Muslimbrüder wollen Scharia installieren. Erst Mitte April hatte die US-Regierung die iranischen Revolutionsgarden als ausländische Terrororganisation eingestuft. Auf der US-Terrorliste finden sich zudem Gruppen wie der sogenannte Islamische Staat, Doko Haram oder die Hamas. Ziel der Muslimbruderschaft ist die Umformung der Gesellschaft nach islamischen Moralvorstellungen und die Errichtung eines Staates, der auf den Prinzipien des islamischen Rechts beruht. Sie hat Ableger.